Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6690 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schreiner müssen in der Lage sein, Holz zu messen, zuzuschneiden und zu bearbeiten. Schreiner müssen in der Lage sein, Holz zu messen, zuzuschneiden und zu bearbeiten. Wir unternehmen viel mit unseren Enkelkindern. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Wir unternehmen viel mit unseren Enkelkindern. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Wir unternehmen viel mit unseren Enkelkindern. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Apothekerinnen arbeiten in Apotheken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Apothekerinnen arbeiten in Apotheken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Apothekerinnen arbeiten in Apotheken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Hanteln sind ein beliebtes Trainingsgerät für das Krafttraining und den Muskelaufbau. Hanteln sind ein beliebtes Trainingsgerät für das Krafttraining und den Muskelaufbau. Der technologische Fortschritt wird unsere Zukunft entscheidend prägen. Das war ein genialer Schachzug. Das war ein genialer Schachzug. So konnte Alfred das Spiel gewinnen. Das war ein genialer Schachzug. So konnte Alfred das Spiel gewinnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.